Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam, Himmel. Jetzt sind wir schon so weit. Wie weit noch bis zum Schatz? Nicht so ungeduldig mit Italis. Früher oder später werden wir schon da sein. Seht mal dort. Das ist ein Licht. Juhu. Was ist das? Lass uns das rausfinden. Jo. Minitalis, Schlapper. Dort ist eine Schatztruhe. Ui. Wow. Diese Schatztruhe ist riesig. Die Gerüchte über einen Schatz in den Tiefen des Geröllbruchs sind also wahr. Du sagst es. Das sieht mir nach einem schönen Schatz aus. Schlapper, öffne die Kiste. Schnell. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ja. Eile mit Weile, Meditalis. Eine Schatztruhe sollte man immer mit Anmut und Hingabe öffnen. Wir sind doch nicht umsonst, Team Scham. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Aber... Ah, diese Spannung. Ich halte... Halte ich nicht aus. Vergiss deine Anmut, Schlappohr. Beeile dich. Verhaltet euch noch ein kleines bisschen feierlich. Das hier ist doch kein Wettrennen. Schon gut, schon gut. Ja, ich mach sie ja schon auf. Tada. In just diesem Moment... Was? Okay. Jo. In just diesem Moment... Moment. ...wird diese legendäre Schatzdruck geöffnet. Was für ein Schatz sie unseren neugierigen Blicken wohl die ganze Zeit vorenthalten hat. Ah, welchen Reichtum wunderbarer Dinge mit unseren Bisslitz übergehen. Diese Gedanken füllen unsere Herzen mit Wärme. Ah, die... und die Wahrheit. Die Wahrheit, oh bitte. Enttäusche mich nicht. Das ist mir alles egal. Mach das Ding schon auf. Schlappohr. Und los. Jo. Schlappohr öffnet die Schatztruhe. Tada. Was? Was für ein Schatz? Was für ein Schatz ist da drin? Nichts. Na, nichts? Die Schatztruhe... Sie ist leer. Ohne Inhalt. Ich kann es nicht glauben. Bin ich einfach nur übermüdet? Bilde ich mir das nur ein? Es entspringt leider nicht deine Vorstellungskraft. Es befindet sich schlicht und einfach gar nichts in dieser Schatzruhe. Aber... Warum denn nicht? Ihr. Oh lol. Team Spa. Ah. Hättet ihr Schatz. Habt ihr in euch. schon unter den Nagel gerissen? Oh. Sieht fast aus. Als wären wir zu spät. Nein. Wartet. Wir sind nicht diejenigen, die den Schatz genommen haben. Alles. Als wir die Schatztruhe öffneten. Sie war total leer. Nicht auf zu lügen, Geschummler. Wir lügen nicht. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr schon lügen müsst, warum tut ihr es auf so eine plumpe Art? Wie bitte? Wenn ihr weiter so lügt, dann seid ihr kein Rechtes Erkundungsteam. Was hast du gerade gesagt? Ihr seid nicht qualifiziert genug, um diesen Schatz an euch zu nehmen. Wenn ihr weiter auf stur schaltet, müssen wir Gewalt erwenden. Hm. Ihr redet doch nur. Werft mit falschen Anschuldigungen um euch. Ich wusste doch, dass die Gerüchte stimmen. Ihr seid Schufte. Bei einem Erkundungsteam wie eurem können wir keine Gnade halten lassen. Wir haben wie so vorhin ein Versprechen gegeben. Nun sieht es fast so aus, als könnten wir es halten. Wir sind die Schatzjäger von Team Scharm. Ihr da. Jetzt bekommt ihr eure Lektion. Also macht euch bereit. Nef. Ich musste von mir erst noch einen Blick an, dass es soweit kommen würde. Gegen die Diebespanne wie Team Spar. Habt ihr keine Chance? Macht euch bereit, unsere Wahrheit zu spüren. Lasst euch Zeit, sie zu genießen. Abok, Bier und Tragi, los geht's. Jo. Jo. Metall ist schlapp und nehmt euch in Acht. Wir werden angegriffen. Allt seid bereit. Auf geht's. Jo. Oh, endlich kann ich in der normalen Stimme reden, ey. Oh. Ist das anstrengend. Ist das anstrengend. Ähm. Ich gebe mal jetzt mal einen Schritt zurück. Und die stellen sich perfekt in eine Reihe auf. Supergeil. Super, supergeil. Wir haben einen Belebersamen und einiges. Also zwei Siebenebeeren. Und einiges, ja. Chaos. Ich versuche mal den Chaos-Samen zu werfen. Ja, perfekt. Zack. Äh, ja, greifen wir erstmal Abok mit Fund an. Psychokinese. Perfekt. Gegen Psycho-Pokémon. Äh, gegen Gift-Pokémon. Psycho einzusetzen ist halt da. Supergeil. Scanner. Wow. Hä, uah. Psychokinese. Oh, schade. Schöne Sache. Okay, perfekt. Sneap-Bunner steht da super gut. So können wir alle sie angreifen. Oh, schön. Wind. Alter. Komm schon. Oh, okay. Oh. Ich hatte gerade Angst, Alter, dass wir das nicht packen. Ohne Witz. Ah, verflixt. Ohne Witz. Ja, sie sind ganz schön stark. Ja. Das hat ihr überraschend gut gemacht. Aber unterschätzt uns nicht. Die wirkliche Kraft von Team Spahr. Die habt ihr noch nicht zu spüren bekommen. Ach, okay, Kollegen. Auf geht's. Juhu. Ja, du warst mit dieser alles. Ah, da kommen sie. Aufgepasst. Wir kümmern uns darum. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Oh, Luffy. Was? Wer bist du? Knuddelhoff. Das ist Knuddelhoff? Ah, dieser Typ? Er hat sich die letzten Jahre über einen guten Namen erarbeitet. Obwohl er noch zu jung ist. Das ist ein erkundeter Togadalent. Der präumte Knuddelhoff. Ah, so sieht das aus. Alle mal herhören. Beide Teams, hört auf zu kämpfen. Bitte. Warum sollten wir aufhören, Knuddelhoff? Sie sind hier die Bösewichte, weißt du? Das mag stimmen. Aber kämpfen ist nicht gut. Und ganz nebenbei. Ihr, ihr seid in die Falle getappt und der Verlockung des Kampfes erlegen. Was hast du da gesagt? Dieser Kampf. Er war geplant? Ja. Dieser Kampf war geplant. Das, das ist doch... Wer steckt dahinter? Der, der sich das ausgedacht hat, ist der Boss dieser Kalksteinhöhle. Warum er das tat, das weiß ich auch nicht. Aber er wollte, dass Team Scham und Team Spar sich gegenseitig ausschalten. Und aus der Tatsache, dass er euch mit dem Kampf ablenken wollte, kann man noch etwas schließen. Und zwar, dass er etwas zu verbergen hat. Vielleicht wollte er den Schatz auch nur behüten. Dieser Schatz. Diesen Schatz. Ihn behüten? Genau. Aber alles, was bis hierhin gesagt wurde, das sind nur Vermutungen. Deswegen werdet ihr die Wahrheit nicht erfahren können. Ihr müsst schon fragen. Wie fragen? So sieht das aus. Du hast mir auch Aufmerksamkeit zugehört. Nicht wahr? Knudelhoff? Hat Knudelhoff etwa gerade mit der Schatztruhe gesprochen? Hey, sind meine Vermutungen richtig? Nun sag schon. Lol. Was? Die Schatztruhe. Sie wackelt und rasselt. Bitte was? Lol. Dito, oder? Dito? Dito. Ist das etwa? Ist es ein Pokémon? Hm. Sein Name ist Dito. Es beherrscht die Attacke Wandler. Wandler? Also hast du Wandler verwendet, um ein Schatztruhe zu werden? Ein Schatztruhe. Genau. Als mir mein Essen im Süddschungel gestohlen wurde. Das warst du, ich wahr? Ja, nicht wahr? Ja, doch. Schon. Ich war das. Tut mir echt leid. Und... Er hat im Charme. Ich habe euch viele Male getäuscht, Team Charme. Das tut mir leid. Was? Getäuscht? Getäuscht. Getäuscht, wie ihr sehen konntet. Ich habe die Macht, die Attacke Wandler zu verwenden. Ich war ein Schatztruhe, aber das ist noch nicht alles. Ich kann Wandler auch verwenden, um andere Pokémon auszusehen. Wow, wirklich? Sag bloß an der Stelle. Na gut, lasst uns unser Bestes geben und diesen Dschungel durchqueren. Ach, Blue Bear, das stimmt. Wer bist du? Ich bin Blue Bear. Ich lebe in diesem Dschungel. Weil sie gerade über den Schatz im Geräuschbruch gesprochen hat. Geh besser auf. Damals, als wir im Dschungel... Äh, im Gewahr... Als wir gewarnt wurden im Dschungel. War das da... War es damals jene Blue Bear und... Nachdem ich euch gesehen habe, bin ich... Ich bin sicher, dass ihr euch vertrauen könnt. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Bitte? Ja, Team Spar. Team Spar hat eine Lektion verdient. Das Pokémon, das uns gegen Team Spar aufgesetzt hat. Dieser Visor. In Wirklichkeit, was tut das? Beide, ganz genau. Blue Bear und Visor. Um ehrlich zu sein, ich war es in beiden Fällen. Ich habe Wandler verwendet. Um euch in die Irre zu führen. Es tut mir echt leid. Aber warum hast du es getan? Weil, genau wie Knuddel zuvor schon sagte. Ich wollte diesen Ort beschützen. Diesen Ort zu beschützen? Diesen Ort, ja. Kommt, ich will auf euch rum. Bitte hier entlang. Hey, cool. Was, was, hä? Huh! Ah! Da sind wir auch schon. Ey, huch! Was ist das? Dieses Licht. Ah! Cool. Das ist... Das schildet, was am Himmel leuchtet. Das wäre ein unglaublich geheimnisvoller Anblick. Aber so... So schön. Ja, sehr. Aus der Mitte strahlt die... Strahlt dieser blau-grünen Stein. Die ganze Höhle erstrahlt in seinem Licht. Das ist sehr schön. Einfach faszinierend. Etwas Verbeigleichbares habe ich noch nie gesehen. Aber... Aber was ist dieses Ding genau? Äh, das wisst ihr nicht? Das ist ein Zahnrad der Zeit. Ne. Ja, echt? Ein Zahnrad der Zeit? Aber wirklich? Das ist auch bei mir das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Das ist... Das ist es, ja. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Das zu beschützen. Das ist meine Aufgabe. Oh, cool. Nein, ein Zahnrad der Zeit also. Tja. Uns bleibt für keine andere Wahl. Aber Pio und Draghi, kommt schon, wir gehen. Hm? Jetzt wartet aber mal. Was? Ihr seid doch eine Diebesbande. Bande, die böse Dinge tut, oder nicht? Warum geht sie denn einfach nach Hause? Ohne irgendetwas zu stehlen? Naja, wenn es sich um irgendeinen anderen Schatz handelt, würde ich gerne. Aber du kannst dich einfach als Zahnrad der Zeit entwenden und mitnehmen. Auch wenn wir erlunken sind, so viel Wissen haben wir selbst wir. Ach, so ist das. Ja, es gibt Dinge, die man einfach nicht nehmen kann. So wie ein Zahnrad der Zeit. Jo. Alles klar. Da fällt mir gerade etwas ein. Mit euch sind wir noch nicht fertig. Wenn wir euch das nächste Mal begegnen, macht euch auf etwas gefasst. Ah, Papier und Draghi, wir brechen auf. Okay. Beim nächsten Mal machen wir euch fertig. Denkt daran. Ja. Jo. Ha. Abgemacht. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass ich wieder voll gegen das Mikrofon puste, ey. Puh. Also, war der einzige Schatz hier dieses Zahnrad der Zeit? Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir jeden Schatz bekommen, auf den wir raus waren. Ja. Und dieses Mal haben wir nicht einen Schatz gefunden, den selbst wir nicht mitmöglichen. Ach, haben wir einen Schatz gefunden, den selbst wir nicht mitmöglichen. Okay. Auf jeden. Auf keinen Fall. Ja, das muss so sein. Es gibt Dinge in dieser Welt, die man nicht an sich nehmen kann. Ach doch, obwohl wir diesen Schatz nicht mit uns nehmen können, würde ich die Erkundung als erfolgreich bewerten. Nicht wahr? Wir haben sogar einen fairen Kampf gegen das Gemeindeteam Spar gehabt. Oh, das stimmt. Und so ein schönes und wertvolles Zahnrad der Zeit. Wir haben es zum ersten Mal gesehen, nicht wahr? Oh ja, das stimmt. Ja, ganz genau. Und wir haben das Labyrinth, das so viele vor uns abgehalten hat, erfolgreich durchquert. Ich wusste es, wir sind die Besten, nicht? Aha. Juhu. Aha. Alles klar. Ähm. Wirklich großartig alle miteinander. Aber gut, ich mach mich dann mal auf den Weg. Gerade wo haben wir die Talis? Ja. Okay. Bitte? Was ist mit euch allen? Knuddelhoff. Du bist gar nicht so übel. Du erscheinst uns am Anfang ganz schön wunderlich. Aber letztendlich bist du doch ein wirklich toller Kerl. Ja, bitte was? Du hast einen Schatztruhentrick, von Dieter durchschaut. Das war wirklich großartig. Findet ihr? Nun ja. Ja. Nun denn, was wirst du als nächstes machen, Knuddelhoff? Wie? Als nächstes? Ja, hier nach. Ich weiß nicht. Ich habe keine konkreten Pläne. Nun, wenn du magst. Wie wäre es, mit uns auf Erkundung zu kommen? Mit euch? Ja, mit uns. Wie findest du das? Ha. Was soll ich nur machen? Es würde Spaß machen, mit euch gemeinsam zu erkunden. Aber ich war noch nie mit jemand anderem außer meiner Meisterverkundung. Schlappau dieses Ding. Ja, genau, Gardevoir. Hey, Knuddelhoff. Wenn du mit uns auf Erkundung gehen würdest. Könnten wir dir das hier anbieten? Wie wäre das? Oh, ein perfekter Apfel. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn dir wirklich geben soll. Eine Sache noch. Wie du gemerkt hast, sind wir alle ziemlich auf Zack. Glaubst du, du kannst mit unserem Tempo mitteilen? Nun, ja. Wie wäre es mit einem Rennen? Drei, zwei, eins. Los. Ja, sind die schnell. Juchu. Los, los. Knuddelhoff ist so genial. Ohne Witz. Ich werde überall gehen. Luffy. Ich find... Ach, Knuddelhoff ist super. Knuddelhoff ist super. Geil. Das war eine schöne Bonus-Episode, muss ich sagen. Die war cool. Sehr cool. Bis hier das erste Zahnrad der Zeit so gesehen ist. Sag ich mal. Ich glaub, das war... Ne, war das das zweite? Ich glaub, das war das zweite, was Reptane damals gestohlen hat. Und... Ja. War cool. War sehr cool. Auf jeden Fall. Mir hat die Bonus-Episode sehr hergefallen. Es war halt echt nervig, so die ganze Zeit in diesen Stimmen zu reden. Es ist halt einfach übel schwer für mich, so weibliche Stimmen zu machen. Macht ja auch Sinn, ne? So als Kerl. Aber naja. Was soll ich machen? Ich kann's nicht ändern. Ähm... Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie ich das so rübergebracht hab. Zu versuch, die Stimmen so, ja, psychomäßig medital ist. Obwohl ich das am Endeffekt besser gemacht hätte. Obwohl gerade war diese ruhige, normale Stimme, sag ich mal, auch ganz gut gepasst hat. Und... Ja. Äh... Schlappohr halt so eingebildet. Passte irgendwie. Ich weiß nicht. Es passte auch irgendwie. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Ich hoffe, es war trotzdem gut für euch auch. Und... Ja. Wie hat euch die Bonus-Episode so gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde ich gerne mal wissen. Und im nächsten Part... Würde ich sagen, machen wir weiter in der normalen Story. Wo wir dann auch auf Team Charme treffen. Das heißt, ich muss die Stimmen wiederverwenden. Haaaah. Ich hab ja so keine Lust drauf irgendwie. Aber naja. Lässt sich nicht ändern. Muss halt leider sein. Naja. Ich werd schon überleben, glaub ich. Ja, doch schon. Nach der Haupt-Story. Wir müssen noch eine... Äh, warte. Wir machen jetzt eine Sache der Haupt-Story. Dann die letzte Bonus-Episode. Die mit Abstand geilste, find ich. Danach... Die letzte Mission der Haupt-Story. Und dann sind wir fertig mit dem Let's Play. Wir sind jetzt bei Part 3... Das hier ist Part 73. Naja, ich glaub schon. Das heißt... Ja, ich weiß nicht. So... Sagen wir mal... Die jetzige Mission, die wir jetzt machen müssen, dauert noch so... Ich weiß es nicht. Vier Parts vielleicht? Ja, ich schätze jetzt so vier Parts. Je nachdem, wie auch wir sterben werden. Dann die nächste Bonus-Episode. Auch nochmal ein paar mehr Parts. Ähm... Items aus dem Lager platzieren. Nicht genug Platz im Lager. Achso, ja, okay. Moment. Items aus dem Lager zerstören. Ich weiß halt nicht, was wir... Okay, wir können... Ähm... Das, das, das zerstören. Das... Eigentlich will ich zwei Sachen von allem haben. Ist schon besser. Ist schon besser. Zinkband können wir ein paar... Verkaufen. Kobalt-Band, äh... Ja, Silberdorn, Georock-Proc und Kleinkiesel können wir ab... Also wegklatschen. Wandergummi will ich auch nicht haben. Amrena-Beere setze ich eh nicht ein. Genauso wie die Fragia-Beeren. So viel bringen die jetzt auch nicht im Laden. Also von daher, Siemelbeere, Blendsamen. Schlicht hat sich nicht. Äh... Die nehmen wir... Die lassen wir mal alle da, die Samen. Außer diese Samen hier. Schadsam, Schlafsamen. Irgendwo... Hier Schlafsamen können wir wegklatschen. Sachtsamen. Tipp-Elexier. Die ganzen Plagiat-Items brauchen wir halt auch nicht. Wir haben... Oh, zweimal Aquarelle kann ich wegklatschen. Das brauchen wir auch nicht so oft. Ähm... Äh... Ja, komm, dann packen wir die zwei Amnullier-Orbs weg. Die beiden Flieh-Orbs haben wir auch so viele von. Scanner-Orbs, aber auch Schlaf-Orbs. So viele von. Ui, ui, ui. Egal, die behalten wir mal. Obwohl, die ganzen Warp-Orbs hier kann das schon mal weg. Ähm... Und ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich weiß nicht, wie viele Items ich ausgewählt habe. Genug. Im Lager platzieren. Alles. Kann ich nicht alles markieren? Guck mal, es wären sogar nur 16 Items gewesen. Oh, verdammt. Ups. So, so, so. Behalten. Gut. Ja. Also, warte mal. Dann die Disziplinse-Episode. Ich weiß nicht. 10 Parts? Keine Ahnung. Also, sind wir schon bei 14 Parts. Das heißt, 87. Und dann nochmal die letzte Parts. Ich glaube, wir könnten vielleicht auf die 100 Parts kommen. Ich bin mir nicht sicher, aber man könnte vielleicht auf die 100 Parts kommen. Ich bin schlecht im Einschätzen der Zeit. Vielleicht ist mir das damals auch einfach nur länger... vorgekommen, diese Bonus-Episode, obwohl sie gar nicht so lange war. Gucken wir mal. Aber naja. Wir beenden hier jetzt die Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na. Na.